Oh, 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 bin ich, ich bin so stinkelsauer. Warum denn das? Dieser Lorenzo, der hat mich an den Ohren gezogen. Och, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Pepsi, lass uns lieber etwas spielen. Ja, und einen Keks essen, ne? Und einen Keks essen. Und ein bisschen Milch trinken, ne? Und ein bisschen Milch trinken, ne? Und ein bisschen Milch trinken. Und dann ist alles wieder gut. Ja. Und dann ist alles wieder gut.